Ich lerne Deutsch. Nummer 2680 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Hat meine Tochter Fieber? Ihr Kopf ist so heiß. Hat meine Tochter Fieber? Ihr Kopf ist so heiß. Du hast in jedem Fall meine uneingeschränkte Zustimmung. Du hast in jedem Fall meine uneingeschränkte Zustimmung. Ich bin auf deiner Seite. Es ist wichtig, dass du deine Zähne gründlich putzt. Auch die Backenzähne darfst du nicht vergessen. Es ist wichtig, dass du deine Zähne gründlich putzt. Auch die Backenzähne darfst du nicht vergessen. Auch die Backenzähne darfst du nicht vergessen. Das ist schneller als mit dem Auto. Ich habe dieses Fleisch gekauft. Soll ich es auf den Grill legen? Stell dich mal vor die Wand. Das sieht gut aus. Stell dich mal vor die Wand. Das sieht gut aus. Stell dich mal vor die Wand. Das sieht gut aus. Die Arbeit ist erledigt. Die Bezahlung erfolgte sofort in bar. Die Arbeit ist erledigt. Die Bezahlung erfolgte sofort in bar. Ich bespreche mit Maria, welche Pflanzen wir beim Großhandel bestellen müssen. Ich bespreche mit Maria, welche Pflanzen wir beim Großhandel bestellen müssen. Durch das Laufen habe ich schon einige Kilo abgenommen und kann besser atmen. Durch das Laufen habe ich schon einige Kilo abgenommen und kann besser atmen. Ich wünsche dir frohe Ostern. Machst du am Wochenende etwas Besonderes? Ich wünsche dir frohe Ostern. Machst du am Wochenende etwas Besonderes? Jetzt kommen einige Wiederholungen. Bezahlung Ostern. Machst du angst? obligativ sagst du am Wochenende etwas Besonderes zu halten. Du croisst an dass du nach��을 Weather kaç kırkst? Du sagst nicht hin zuuar. Lachenesser numeratorczneques gemacht werden und kann besser wechseln sein. W exceptional Longestes gefunden haben, was es zu treating sein. dicke交d meters beginnt. Muss dieser Koffer wirklich noch mit? Es ist kaum noch Platz im Auto. Muss dieser Koffer wirklich noch mit? Es ist kaum noch Platz im Auto. Das hast du richtig gemacht. Ich bin stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich. Einige Probleme müssen behoben werden. Du darfst nicht vergessen, das Elektroauto rechtzeitig aufzuladen. Du darfst nicht vergessen, das Elektroauto rechtzeitig aufzuladen. Kannst du mir sagen, welche Pflanze in der blauen Tasse ist? Kannst du mir sagen, welche Pflanze in der blauen Tasse ist? Wir beide machen heute einen schönen Ausritt über Wiesen, Felder und durch den Wald. Wir beide machen heute einen schönen Ausritt über Wiesen, Felder und durch den Wald. Meine persönliche Krankenschwester hilft mir beim Anziehen und bereitet das Frühstück zu. Meine persönliche Krankenschwester hilft mir beim Anziehen und bereitet das Frühstück zu. Meine Mittagspause mache ich immer draußen, egal wie das Wetter ist. Ich trage eine Strickjacke, wenn es kalt ist. Meine Mittagspause mache ich immer draußen, egal wie das Wetter ist. Ich trage eine Strickjacke, wenn es kalt ist. Meine Mittagspause mache ich immer draußen, egal wie das Wetter ist. Ich trage eine Strickjacke, wenn es kalt ist. Ich wünsche mir, dass wir bald auch eine Familie mit zwei Kindern sind. Ich wünsche mir, dass wir bald auch eine Familie mit zwei Kindern sind. Ich wünsche mir, dass wir bald auch eine Familie mit zwei Kindern sind. Ich kann Ihnen die gewünschten Informationen zeigen. Sie stehen auf der Rückseite der Verpackung. Ich kann Ihnen die gewünschten Informationen zeigen. Sie stehen auf der Rückseite der Verpackung. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich wünsche mir, dass wir auf der Rückseite der Verpackung sind. Ich wünsche mir, dass wir bald auch eine Familie mit zwei Kindern sind. Ich wünsche mir, dass wir bald auch eine Familie mit zwei Kindern sind. Abonnieren. Abonnieren.